Oh Leute, seht ihr euch das an? Die Nintendo Switch Bro ist da. Ja Leute, das heißt... Es wird ganz viel gezockt und die Nintendo Switch Bro ist viel besser als die normale Nintendo Switch und mit der Light zusammen. Ja, richtig. Denn die ist richtig krass. Die ist mega. Oh nein, ich habe die Nintendo Switch vergessen. Was soll ich tun? Hey Mann! Ich bin da! Ich bin die Nintendo Switch Bro! Bro? Oh, 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 oh. Nintendo Switch Bro? Du bist ja da? Ja klaro! Also, wo wir zusammen sind, du weißt, was es heißt. Ja, du kommst immer hinterher, ne, Bro? Ja klar, Bro. Okay, Bro. Ähm, äh, was spielen wir denn? Tja, ich habe ganz viele Sachen zur Auswahl. Zum Beispiel Super Mario Bro oder wie Luigi Bro Menschen oder wie wir jetzt mit Animal Crossing Bro Horizon. Das ist auch nicht schlecht. Oh, okay. Hey, ich glaube, das spiele ich. Das ist ganz neu. Oder wie wäre es mit Zelda Bro Wild? Zelda Bro Wild? Ja, irgendwie so. Ah, okay. Also, na? Was heißt, das spielen wir? Okay, Bro, dann fangen wir an. Okay, Bro, dann fangen wir an. Okay, Bro, let's go. Okay, Bro, let's go. Okay, Bro, dann startet das Spiel. Okay, Bro, äh, ein Fehlerkurs ist aufgetaucht. Ach, komm schon. Oh, okay. You. Oh, okay. Oh, okay.